Ja, Servus, Grüezi miteinander und herzlich Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, erst einmal, ich hoffe, euch geht es alle gut. Mir leider nicht so möglich, aber mei, helft auch nichts. Ja, ich wollte euch einmal fragen, und zwar habe ich mir das einmal so angeschaut, wie das Unboxing angekommen ist auf dem letzten Jahr. Nicht schlecht, Herr Specht. Jetzt wollte ich euch einmal fragen, ob ihr wieder so ein Unboxing sehen wollt. Dazu packe ich euch um in die Infobox, einfach mal in Abstimmung. Da könnt ihr oben rechts abstimmen, wollt ihr wieder so ein Unboxing sehen oder nicht. So, das nächste ist, wollt ihr mehr Vlogs sehen? Schreibt mir dazu, das ist manchmal ganz wichtig, schreibt mir eure Meinung in die Kommentare. Dann, was haben wir noch? Haben wir? Haben wir? Was war das andere? Ähm, ja. Genau, wollt ihr eigentlich eine Böller-Tour einmal sehen? Wenn ihr eine Böller-Tour sehen wollt, schreibt es einmal unten in die Kommentare. Genau, weil dann kann man so in der Woche... Scheiße. Ja, doch. Kann man, also kann man sich einmal überlegen. Vielleicht so Klasse-1-Artikel. Bei denen kann man das ganze Jahr brennen, Gott sei Dank. Das ist Leuchtfeuerwerk, die Fontänen und das ganze Gedöns. Schreibt mir das auf jeden Fall in die Kommentare. Genau, was noch? Genau, ich habe mir, ich habe mir. Ich habe mir. Ich habe mir jetzt einmal einen Selfie-Stick besorgt. Wartes einmal ganz kurz. Ich hole ihn einmal schnell und dann sehen wir uns gleich wieder. Also, kurz Moment. Ja, da bin ich wieder. Und zwar, das ist der Selfie-Stick, den ich mir besorgt habe. In den letzten Ferien. Ähm, wenn ihr dazu einmal ein Unboxing sehen wollt. Und meine Meinung wissen wollt. Der hat kostet... 10 Euro. Äh... Mal schauen, ob ich die UVP, also die Originalverpackung nirgendwo gefunden habe. Ja, schauen wir mal. Wenn ihr zu dem ein Unboxing sehen wollt, schreibt es auch in die Kommentare. Ja, genau. Ähm... Sonst noch irgendwas? Puh... Nein, das war es eigentlich. Ähm... Checkt auf jeden Fall einmal die Videobeschreibung aus. Da werde ich mal noch ein paar Sachen rein tun. Oder ich werde es zumindest versuchen. Also, seid ihr mir nicht böse, wenn ihr mal was nicht geht. Weil manchmal geht die. Einfach nicht. Es gibt manche Links, die kann man zwar kopieren, aber da nicht einfügen. Also, seid ihr mir nicht böse, wenn es einmal nicht geht. Habe ich schon gesagt. Ich werde jetzt einmal schauen, ob ich alle Sachen, die ich gerne reinpacken würde, in die Videobeschreibung. Ob man die reinpacken kann. Checkt es einfach einmal aus. Ja... Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall ein Like da. Ihr könnt es auch kostenlos abonnieren und auf das Glöckchen neben dem Abo-Button drücken, falls ihr es noch nicht da habt. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Video. Euer Simmerl. Haberdere! Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. secular casually. und